Erding-Erding ist eine betriebsame Kreisstadt nordöstlich von München in Oberbayern. Sie ist Heimat der größten Weißbierbrauerei der Welt, der größten Saunalandschaft Europas und vieler weiterer weltbekannter Firmen. Nichtsdestotrotz hat sie sich ihren historischen Kern erhalten, in dem man heutzutage gemütlich einkaufen und abends gut essen kann. Hintergrund Die ältesten Beweise für eine menschliche Besiedlung im Erdinger Raum stammen aus dem Jahr 6000 v. Chr. Damals lebten noch Jäger und Sammler hier. Um das Jahr 2500 v. Chr. wurde erstmals Landwirtschaft betrieben, noch heute einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region. Offiziell beginnt Erdings Geschichte dann im Jahr 742, als der heutige Stadtteil Altam das erste Mal urkundlich erwähnt wird. Damals schenkte ein Mitglied der Familie der Agiläufinger Altam dem Kloster Benediktbeuern. Die Siedlung Adioengas, hieraus wurde später Erding, wird dann erstmals 788 erwähnt. Ein bedeutsames Jahr der Erdinger Geschichte ist 1228, denn der damalige Herzog von Bayern, Ludwig der Kehlheimer, erkannte der Siedlung das Stadtrecht zu. 70 BX-Pipe-Symbol-Left-Pipe-Symbol-Stadtwappen Aus etwa dieser Zeit stammt auch das heute noch gebräuchliche Erdinger Stadtwappen einer liegenden Pflugschar. Dieses Symbol der Erdbe-Erbeitung war als sprichwörtliches Zeichen Erdings gedacht. Um den Status ihrer jungen Stadt zu sichern und diese weithin erkennbar zu machen, wird im 14. Jahrhundert der Erdinger Stadtturm errichtet. Im Gegensatz zu heute zählte man Erding damals noch zu Niederbayern. Sampipe-Symbol 250 BX-Pipe-Symbol Erding im Jahr 1644 Der Dreißigjährige Krieg, 1618 bis 1848, ließ auch Erding nicht unverschont. Gleich zweimal, 1632 und 1634, wurde die Stadt von den Schweden erobert, geplündert und anschließend in Brand gesteckt. Die Bevölkerung hungerte und Krankheiten wie die Pest breiteten sich aus. Nach einigen Jahren der relativen Ruhe wurde Erding wieder Kriegsschauplatz, als der schwedische General Karl Gustav Wrangel hier sein Hauptquartier bezog und die Bevölkerung in umliegende Gebiete floh. Als die feindlichen Truppen des Generals Bekolomini auf die Stadt zurückten, legten die Schweden wieder Feuer und zogen ab. Aber auch diesmal gelang es den fleißigen Erdingern, ihre Stadt wieder aufzubauen, eine Tat, die durch die Einführung der Biersteuer finanziert wurde. Mit der Zeit wuchs die Stadt wieder und laut Zensus des Jahres 1789 lebten 1700 Menschen in Erding. In diesem Zensus erwähnt sind unter anderem auch das Vorhandensein von je vier Schmieden und Sattlern, acht Schneidern und Schustern, zwei Hutmachern, elf Gastwirtschaften, Bäckern und Metzgern, sowie von elf Musikanten. Doch auch in den nächsten Jahrhunderten blieb Erding nicht vom Leid des Krieges verschont. Zur Zeit der napoleonischen Kriege waren hier Soldaten einquartiert und in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges wurde Erding noch bombardiert. Nach dem Luftangriff im April 1945 fällt die Stadt dann im Mai kampflos an US-amerikanische Truppen. Die Stadt Erding, wie sie heute verwaltungstechnisch besteht, entstand durch den Zusammenschluss der bis dato selbstständigen Gemeinden Erding, Altenerding und Langen-Geisling im Jahr 1978. In den folgenden Jahrzehnten wuchs Erding stetig, nicht zuletzt nach der Eröffnung des Münchner Flughafens Franz-Josef Strauß im Erdinger Moos. Der Landkreis Erding hat etwa 50% Anteil. Mit dem Flugzeug der nächstgelegene Verkehrsflughafen ist München, Franz-Josef Strauß. Von hier bieten vor allem Lufthansa und ihre Partner der Star Alliance Verbindungen zu Städten in Deutschland, Europa und weltweit. Als zweitgrößter Flughafen Deutschlands ist er mit einer steigenden Anzahl von Städten verbunden. Vom Flughafen fährt ein Linienbus etwa alle 40 Minuten nach Erding. Die Fahrt mit dem Auto dauert über den neuen Zubringer etwa 10 bis 20 Minuten. Mit der Bahn Erding ist über die Linie S2 an das Netz der Münchner S-Bahn angeschlossen und verfügt damit über eine Direktverbindung in die Münchner Innenstadt sowie zu den Fernbahnhöfen. Der Bahnhof Erding befindet sich etwa 200 Meter vom Stadtzentrum entfernt. Einen weiteren Bahnhof gibt es in Altenerding, wo auch ein Anschluss mit dem Bus zur Therme besteht. An beiden Bahnhöfen gibt es Park- und Reitplätze, an denen man kostenlos mit dem Auto parken kann. Genaue Abfahrtszeiten und Preise sind auf der Seite des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes hier zu finden. Es gibt bereits konkrete Pläne über eine neue Gleisführung nördlich von Erding, der sogenannte Erdinger Ringschluss, die einen Anschluss an das Regionalbahnnetz vorsehen sowie eine Erweiterung zum Flughafen. Mit dem Bau ist in den nächsten Jahren zu rechnen. Mit dem Bus innerhalb des Münchner Verkehrsverbundes gibt es zahlreiche Busverbindungen zwischen Erding und den umliegenden Gemeinden. Zentrale Haltestelle ist hierbei der S-Bahnhof Erding. Busse verkehren unter anderem nach Moosburg, Freising, zum Flughafen München, Marktschwaben, Dorfen und Taufkirchen. Auch innerhalb des Stadtgebietes gibt es Buslinien, die in der Regel durch das Zentrum und ringförmig wieder zurück zum Bahnhof führen, siehe Abschnittmobilität. Auf der Straße aufgrund des sehr guten Straßennetzes um München ist Erding leicht mit dem Auto erreichbar. Besucher aus dem Norden nehmen am besten die Autobahn Richtung München und fahren am Kreuzneufahn auf die Richtung Flughafen München. Weiter geht es über die Abfahrt zum Flughafen und das Flughafengelände auf die Staatsstraße 2580. Erding ist vom Beginn des Flughafengeländes ausgeschildert. Die Erdinger Brauerei ist über die Ausfahrt Erding Nord zu erreichen, wer ins Zentrum Erdings möchte, nimmt am besten die Ausfahrt Erding Mitte. Hier kann man auch in Richtung der Therme abbiegen, alternativ benutzt man die Ausfahrt Erding Süd. Aus südlicher Richtung benutzt man die, erreichbar über das Münchner Autobahnnetz, in Richtung Passau und fährt dann über Marktschwaben nach Erding. Mobilität in Erding kann man sich sehr leicht fortbewegen. Das Stadtzentrum ist angenehm klein und kann gut zu Fuß erkundet werden. Viele Einheimische bewegen sich mit dem Fahrrad fort, denn gerade während der Hauptverkehrszeiten sind die Straßen im Zentrum voll und das Fahrrad kann man auch leicht überall stehen lassen. Eine weitere gute Transportmöglichkeit sind die Stadtbusse, die vom Zentrum ausgehend in Ringform einen Großteil des Stadtgebietes abdecken. Bauwerke Sampipe Symbol 250 BX Pipe Symbol Der schöne Turm Optischer Bruder des älteren Stadtturmes An der Ostseite der Innenstadt an dem Bächlein Semp gelegen, ist er einer der letzte Überreste einer einstmals stolzen Stadtmauer. Erbaut wurde er etwa 1408 im spätgotischen Stil. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde der Turm, wie die restliche Stadt, schwer zerstört und doch wieder aufgebaut. Auch ein Feuer im 17. Jahrhundert konnte den Turm nicht umwerfen und die Erdinger errichteten statt des abgebrannten Wallenwaches lieber eine schmucke Haube. Am Schranenplatz, im 14. Jahrhundert von Architekten der Landshuter Bauschule entworfen. Bis 1945 befand sich im obersten Stockwerk des Turmes die Wohnung des Turmwächters, der die Einwohner Erdings vor Feuer und anderen Gefahren warmte. Heutzutage residiert hier die Sparkasse. Direkt am Schranenplatz, etwas versteckt hinter dem Stadtturm, befindet sich die Pfarrkirche St. Johann. Das katholische Zentrum Erdings ist durchaus auch für den Nichtgläubigen einen Besuch wert, finden sich doch hier einige Kleinode kirchlicher Kunst. Ein etwas anderer Anblick sind die Gebeine des heiligen Prospatiro von Aquitanien, Sanctus Prosper, die reich verziert hinter einer Glasscheibe als Reliquie aufbewahrt werden. Im Westeingang, zwischen der äußeren und inneren Eingangstür, befindet sich eine Art Grotte mit Marienstatue und der älteste Grabstein des Landkreises Erding. Eine barocke Kirche im Ortsteil Altenerding mit schöner Ausstattung und Ausmalung im Rokokio-Stil. Aktivitäten Relaxen in der Therme Erding ist schon fast eine Verpflichtung für jeden Besucher der Region. Die Therme hat die größte Wellness- und Saunalandschaft Europas und nach größeren Ausbauten demnächst der ganzen Welt. Aber auch für junge und jung gebliebene Besucher lohnt es sich vorbeizuschauen, denn in der Therme gibt es 16 verschiedene Rutschen. Angefangen bei Kinder- und Familienrutschen gibt es für jeden etwas, bis hin zu selbstmörderischen Senkrechtrutschen. Ein besonderes Highlight für Bierliebhaber ist ein Besuch bei der Erdinger Weißbräubrauerei, der größten Weißbierbrauerei der Welt. Sie befindet sich im Gewerbegebiet Nordwest und bietet täglich, außer Sonntag, mehrmals Führungen an. Die Reservierung erfolgt telefonisch unter plus 49 8122 409 bis 421 und gerade in Ferienmonaten sind die Rundgänge oft ausgebucht. Begonnen wird mit einer kleinen Einführung in die Geschichte der Brauerei und den Vorgang des Brauens, bevor dann alle Bereiche der Brauerei besichtigt werden können. Besonders imposant dabei ist die Abfüllanlage und das riesige Lager, in denen das Bier in Flaschen reift. Nach dem Rundgang werden im Gastraum mit Blick auf die Sudpfannen Britzen und Weißwürste serviert, es gibt auch Nachschlag, und man kann sich nach Herzenslust durch alle Biersäuten durcharbeiten. Dabei gibt es keine Beschränkung in Anzahl und Menge der verkosteten Biere. Der Rundgang kostet 10 Euro und ist sein Geld vollkommen wert. Das Erdinger Herbstfest ist das drittgrößte Volksfest Oberbayerns und findet jedes Jahr Ende August Anfang September auf dem Volksfestgeländer im Norden der Stadt statt. Krontaler Weyer, Nah-Erholungsgebiet, Fläche 45 Hektar, am Baggersee mit kristallklarem Wasser, Badestrand, 500 Meter, Mini-Golf und Surfclub. Daten zum See, 23 Hektar Fläche, 750 Meter Länge, 600 Meter Breite, durchschnittliche Tiefe, 9 Meter, Max. Tiefe 35 Meter, größtes Badegewässer in Erding. Zum Surfen ist, nach Beschluss der Stadt Erding und aus versicherungstechnischen Gründen, die Mitgliedschaft im Erdinger Surfclub erforderlich. Lage, im Norden Erdings, zu Fuß aus der Innenstadt ca. 15. Minuten, Parkplätze und Zugang zum See kostenlos. Einkaufen in Erding findet man fast alles, was man gebraucht. In den Gewerbegebieten am Westrand der Stadt gibt es große Supermärkte und Geschäfte, aber auch das Zentrum bietet einige gute Läden, vor allem im Modebereich. Gewerbegebiet Nordwest eigentlich mehr im Westen Erdings gelegen und schnell erreichbar. Abfahrt Erding Mitte vom Zubringer oder über die Dachauer Straße aus der Innenstadt, ist dieses neue Gewerbegebiet Anziehungspunkt vieler Besucher. Hier findet man eine große Hagebaumarkt-Filiale, einen Mediamarkt, Deichmann, einen Norma-Supermarkt, ein Reformhaus, je eine McDonald's und eine Burger King-Filiale, ein großes Asia-Restaurant und einen Drogeriemarkt, ein Fitnessstudio der Kette Body & Soul, Bekleidungsgeschäfte, sowie die Großraumdiskothek Musikpark Erding. Westlich an diesen Komplex schließt sich eine Gärtnerei, ein Fachhandel für Baumaterialien und ein Supermarkt von Kaufland an. Nördlich befindet sich eine Filiale der süddeutschen Supermarktkette Fenneberg und ein Lidl. Imbiss Am Schranenplatz befinden sich mehrere Bäckereien und Metzgereien, die weltgrößte Weißwurst- und Leberkässemmel wurden von der Metzgerei Wasner erschaffen. Auf der Hagerstraße befindet sich ein Asia-Imbiss. Traditionell bayerische Küche Sicherheit Bayern im Allgemeinen und Erding im Besonderen sind sehr sicher und weisen eine niedrige Kriminalitätsrate auf. Auch das Gewaltpotenzial ist hier niedrig. In Erding kann man jederzeit auch während der Nacht problemlos durch die Stadt laufen. Aufgrund der Restaurants und Bars ist das Stadtzentrum auch nach Ladenschluss noch belebt. Gesundheit an Apotheken herrscht in Erding kein Mangel. Im Zentrum befindet sich zum Beispiel eine auf dem kleinen Platz, eine zwischen schönem Turm und Rathaus und die Marienapotheke findet man in der Hagerstraße. Unweit der Therme, im Südwesten der Stadt, befindet sich das moderne Kreiskrankenhaus Erding. Es wurde 1970 erbaut, 2006 renoviert und bietet heute sehr schöne Krankenzimmer bei längeren Aufenthalten, aber auch eine gute Infrastruktur in der Notaufnahme oder bei ambulanten Behandlungen. Das Krankenhaus befindet sich auf der Bayouwarenstraße 5, Telefonnummer plus 49 8122 59 minus 0, Fax plus 49 8122 59 minus 1748. Von der S-Bahn-Haltestelle Altenerding sind es etwa 10 Minuten Fußweg zum Krankenhaus, allerdings halten auch viele Regionalbusse direkt davor. Wer mit dem eigenen Auto kommt, bezahlt auf dem Krankenhaus eigenen Parkplatz 30 Cent pro angefangene 30 Minuten. Eine Außenstelle des Kreiskrankenhauses befindet sich in Dorfen. Praktische Hinweise Die Touristeninformation befindet sich direkt neben dem schönen Turm auf der Landshuter Straße. Sie ist freitags von 14.00 bis 18 Uhr und an Samstagen von 10.00 bis 13 Uhr geöffnet. Sollte sie geschlossen sein, kann man sich zur Infostelle im Rathaus begeben, rosa Gebäude gegenüber, gleich im Eingangsbereich, und dort vielerlei Informationen erfragen oder Prospekte mitnehmen. Die offizielle Internetpräsenz der Stadt für Touristen und Besucher ist www.erding-tourist.de Im innersten Zentrum Erdings gibt es leider keine Post, nur ein paar Briefkästen an der Sparkasse am Schranenplatz. Hier sind auch Telefonzellen. Die Zentrums nächste Postfiliale ist auf der Dorfener Straße 17. Vom Zentrum geht man durch das schöne Tor Richtung S-Bahnhof und sieht dann auf der rechten Seite die Niederlassung der Postbank mit Briefmarkenautomat. Wenn man die Dorfener Straße noch etwa fünf Minuten weiter geht und dabei den S-Bahnhof rechts hinter sich lässt, sieht man links bereits ein Einkaufszentrum mit Kino. Hier ist die Erdinger Hauptpostfiliale untergebracht. Ausflüge München ist von Erding in 30 bis 45 Minuten zu erreichen, sei es mit dem Auto oder der S-Bahn S2. Die Universitätsstadt Freising mit ihrem Dom und der Wein-Stefan-Brauerei ist etwa 20 Minuten mit dem Auto entfernt. 15 Kilometer nordöstlich von Erding befindet sich Thalheim und dort vor allem die Wallfahrtskirche Maria Thalheim. Es gibt einen gut ausgebauten Radweg dorthin und wer lieber mit dem Auto fährt, benötigt etwa 20 Minuten. Vor Ort kann man auch noch eine Art Pilgerpfad durch Wälder und Felder ablaufen. Ein weiterer lohnender Ausflugsort ist Altötting mit dem Gnadenbild der schwarzen Mutter Gottes, das ca. 60 Kilometer östlich von Erding liegt. Für die Fahrt sollte man mindestens eine Stunde mit dem Auto einplanen. Etwa 10 Kilometer östlich von Altötting, befindet sich Magdl, der Geburtsort von Papst Benedikt XVI. Untertitelung des ZDF für funk, 2017